Action! So, erstmal Hallöchen für die YouTube-Leute und wir sind hier gerade, ich mach jetzt mal ein bisschen schnell die Ansage, auf mich wird schon wieder gewartet, ich will gar nicht, dass die Leute immer auf mich warten, ich will eigentlich die Erste sein, aber wir wollen jetzt, wir haben jetzt hier eine neue Propagonistin, neue Leute, neue gute Leute hoffentlich, also wir werden es sehen gleich, und also nette Leute, es sind auf jeden Fall viele neue wieder dabei und ich bin schon wieder Overskill im Kopf und mal sehen, ich hab übrigens meine Tastatur jetzt umgestellt und mal sehen, ich hab wieder was gelernt, das haben wir nicht aufgenommen, aber darüber erzähl ich ein anderem mal mehr, wenn ich mal mehr Zeit habe, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, denn ich muss ja zurück, weil wir wollen jetzt spielen und dann geht's richtig los und verhalten wir los und dann, ja, Attacke! Und ohne Damacia, also die Fackel bleibt ja stehen, weil ich hab die Fackel, gestern hab ich sie fast verloren an dem König, weil ich gestern tierisch abgelust hab mit Garren und deswegen, aber ich hab mein Schwert verloren und aber ich hab die Fackel noch, Gott sei Dank, weil der König hat mich bestraft, ich darf jetzt ein paar Tage keinen Garren spielen, weil ich halt schlecht gespielt habe. So, jetzt geh ich mal runter und stell euch mal diese abgefahrenen Spieler davor, also ihr könnt hier schon sehen, seht ihr, das ist da auf dem Video ran, ich hab das extra mal so eingeblendet, aus Versehen aber nur und ich stell sie euch jetzt mal vor. Achtung, ich geh mal jetzt runter da und dann geht es los mit dem Umgeschieberei, Achtung. So, ich bin jetzt wieder da, warte mal, ich will euch mal kurz vorstellen, ja, also ich fang mal von oben von oben in der, warte, nicht rumschieben, das bleibt ganz ruhig alle jetzt, also ich stell euch mal kurz vor, erstmal den Alex, Hallöchen Alex, sag mal Hallo. Guten Abend. Dann den, 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 den Biefen, also ich soll den Biefen nennen, ja. Biefen, Hallöchen, sag mal Biefen, äh, nee, sag mal jetzt nicht Biefen. Biefen, sag mal Biefen, äh, ja. Sag mal mal Hallo. Ja, doch. So, dann, äh, der, der Luchs, sag mal Hallo. Hallöchen. Dann Fiui, Fiui, sag mal Hallo. Hallo. Und der Flo, der, Flo, sag auch du mal Hallo. Hi. Und hier, Sarah, auch, Sarah, sag auch du bitte mal Hallo. Hallo. Hallo, und dann Martin, Martin ist auch ganz frisch, sag mal frisch Hallo. Hallöchen. Genau, und dann, hier, das ist für mich jetzt wieder schwierig, mehr Ruhe, mehr Ruhe, mehr Ruhe, sag auch, genau. Und dann haben wir noch, zum Schluss, Lord Waden, auch du bitte, ein herzliches Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Das hat sich voll arbeitsmäßig angehört, oder? Also, er hat gerade, hallo, guten Tag gesagt, ich hab mich sofort wie auf Arbeit gefühlt. Voll wie auf, hallo, guten Tag, oh Mann, bitte nicht so laut werden, ja, bitte nicht wie auf Arbeit, ja, bitte nicht dieses Arbeits-Guten-Tag. Okay, dann haben wir jetzt alle, und habt ihr schon euch besprochen, wer mit wem, also wem soll ich dann zuerst fertig machen von euch allen? Kalis hat dich herausgefordert. Ich hab dich herausgefordert, Kusi. Was? Wer? Nochmal, ich hab gerade mal geil... Oh Mann, was? Ja, nein. Nein, nein. Ich, ich, hier, ich mach den Diamant fertig, oder? Nee, ja, nein. Nein, du machst mich fertig, Kusi. Sarah sozusagen. Ja. Okay. Warte mal, habt ihr jetzt schon alles geschoben? Nee, das konnte der nicht schieben, weil da muss ja einer rausgehen zum Rollschieben. Doch, doch, das ging. Nee, das ging, alles gut. Man konnte inspektate. Wir wären so zufrieden. Guck mal hier, also lass mich nochmal gucken, was und mich hier so erwarten. Wo stehe ich denn, wo habt ihr mich hingeschoben? Also, ich bin jetzt links. Links Mitte. Links heißt aber, wenn wir auf den... Warte mal, kann es sein? Ich würde es mal interessieren, dass das mal klären, einfach allemal. Ja, und zwar, wenn wir links stehen, dann bin ich unten in der Beschwererkluft, oder? Dann bin ich unten. Richtig? Ja. In der Blue-Seite, ja. Das ist irgendwie doof, aber gut, naja. Weil ich finde es oben viel schöner, wollte ich nur mal so sagen. Ich würde es euch nur mal gesagt haben. Ich finde es nämlich oben viel schöner, weil ich dann von oben runtergehen kann. Aber gut, so geht es auch. Also, das ist halt so praktisch, wenn man immer links ist, fängt man automatisch unten in der Beschwererkluft an und ist man nämlich rechts, fängt man oben in der Beschwererkluft an. Und das ist anscheinend immer so, oder? Das ist immer so, oder? Ja. Kosten, ja. Ja, wie, was, im Kasten, was, im Kasten, was? Im Kasten, im Kasten, ja. Im Kasten, also im Kasten, ja. Habt ihr gehört, im Kasten, ja. Und, ja, seht ihr, das habe ich jetzt nämlich neulich, ist mir das mal so einfach mal so, einfach so aufgefallen, ja. Ich habe einfach so, ist mir einfach mal so aufgefallen, einfach so. Hat mir niemand erzählt, ja. Ich ist mir einfach so, ich habe es einfach mal so gemerkt. Komisch, oder? Was ich so alles merke manchmal. Gut. Ich bin einmal kurz weg, wenn das okay ist. Ja, aber ich hoffe, du willst jetzt nicht baden gehen, oder sowas. Nein, ich muss nur du machen. Ja, okay, dann, ja. Nicht baden, bitte, bitte jetzt nicht baden gehen, okay? Aber bitte, ja, aber bitte nicht baden gehen, okay? Ja, nicht baden. Nicht baden, bitte gehen. Gut, ja, dann, okay, dann, Dings. Ah, guck mal, ich habe die Bösen auf meiner Seite, oder? Gut, das geht schon. Ah, nee, warte mal, warte mal, warte, ich muss mal gucken hier. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Cosima, du könntest noch die Gelegenheit nutzen, es haben jetzt sich noch zwei gemeldet, die gerne in den Club möchten. Drei. Einmal die, drei sogar, also mindestens zwei, von zwei weiß ich. Einmal Anni Blix, ich glaube von vor zwei Tagen, die ist Apfelkuchen oder so ähnlich, die könntest du noch mal einladen, die war schon dabei. Warte mal, warte mal, mach du das mal, warte mal, ich, äh. Rechte gibt's, mach ich das. Warte mal, wir haben jetzt, die Gruppe ist gerade nicht, ich sehe meine Gruppe gerade nicht. Wo ist, also unsere Gruppe, besser gesagt, unsere, warte mal, ich muss unsere Gruppe finden. Da haben wir hier Gruppenzeichen, Gruppenzeichen und dann muss ich da irgendwie Club nicht Club erstellen. Ah, jetzt ist er da, da ist er ja. Und so, ich bin anscheinend im Moment nur die einzige Autorität da. Warum, mein Gott, wo sind denn die anderen Autoritäten? Weiter unten sind einige AFK. Das fördern. So, jetzt kannst du, jetzt kannst du die Einnahmen. Meinst du? Ja, also ich habe nicht gerade, sozusagen, dass du das machen kannst. Okay, also eine Markierung sehe ich nicht, aber ich kann es mal probieren. Probier mal. Wie läuft das, brauche ich dir dazu, eine Friendlist oder wie geht denn das sonst? Gibt es, solltest du hier einen Button geben? Ja, du musst, äh, Hallöchen. Danke. WB. Mhm. Du, du, Mann. Wenn ihr, wenn ihr immer sagt BB, da muss ich immer dran denken, BB und ein Button und WC ist, ist alles okay. Also, oder halt an die Creme, BB. Er gibt auch diese Creme, BB. BB, Creme. Also, wenn jemand zurückkommt, Creme. Ja, wusste, so, sag es einfach Creme. Okay. Verstehe. Äh, Cosi, magst du uns in einen anderen Channel ziehen, damit wir, äh... Nö, nö, mach ich nicht, nö. Ich will, muss ja... Wir müssen, was ihr tut. Nein, noch nicht, oder? Ziehe ich euch schon. Nee, äh, okay. Wir starten ja jetzt gleich, oder? Okay. Wenn du das so sagst, erfüllt es mich mit Angstschauer. Wir starten jetzt gleich. Das hört sich so gruseln. Das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Dieses Rumschwatzen, das finde ich ganz gut, Mensch. Okay, jetzt muss ich ja wieder alles schieben. Also, wo schiebe ich denn wem erstmal hin? Warte mal. Also, ich bleib hier. Dann ist es bequemer so für mich. Ähm, ich komme dann nochmal kurz zu den Geschobenen, komme ich nochmal hin. Ja, zu den Verbanden sozusagen. Die, die, die Geächteten, die wir jetzt wegschieben. Ähm. Also, wem schieben wir denn alles weg? Warte mal, wir schieben jetzt hier weg. Ich sehe noch, ich kann erkennen... Mich. Deluxe. Deluxe. Ich ziehe Deluxe weg. Warte mal. Wusch. Dann, äh, Kirille. Wer ist denn Kirille? Warte mal, Kirille. Mich. Meru. Meru ist Kirille. Ja? Nein. Nein, warte. Äh. Warte mal, mach. Ja, sorry, ja. Es ist nicht mit Absicht. Meine, meine Unwissen... Ja, ich weiß. Warte, in den 10 Jahren werde ich ihn perfekt aussprechen. Okay, also jetzt... Ich, 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 so jetzt... Warte mal, 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 warte mal. Kalisse. Ich auch, Usi. Die Sarah, Mensch. So, warte mal, warte mal, warte mal. User was moved out of your channel. Was, was ist mit einfach halber, was? Kann mich jetzt auch rausschieben. Kirille. Kirille. Äh, ja, stimmt. Er steht, er steht auch so da. Seht ihr, er steht so, wie er steht. Nein, das haben wir jetzt nicht. Ah, gut. User was moved out of your channel. So, wie machen wir jetzt? Und der BWIN. Der BWIN. Ja, ja, genau, ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt haben wir es. Das war eine schwierige Geburt, Leute. Eine schwierige... Aber das lerne ich auch noch alles. Irgendwann werde ich darin bestimmt professionell. Also, dann haben wir jetzt alles. Ja, so, dann gehe ich nochmal runter und, äh, wir streben ja dann gleich los. Oder, ja, dann können wir dann mal starten. Warte, ich gehe nochmal zu den Feinden. Jupp, jupp, jupp. Warte mal. So, hallo, liebe Feinde. Ich wollte euch nochmal, herzlich nochmal sagen, äh, ich wünsche euch ein freundliches Sterben, ja. Und, äh, gebt euch Mühe. Ihr denkt, ihr wisst, die Gegner sind praktisch fast unbesiegbar und bestialisch. Ja, genau denn los. Ich bin doch schon eingeschüchtert genug. Ach so, okay. Okay, dann, äh, wünsche ich euch, äh, ein glorreiches Spiel. Okay, ich muss jetzt leider zu, zu meinen Verbündeten. Ich bin so aufgeregt. Euch auch. Viel Spaß. So, ihr, so, ihr Feinde. Macht. Ich komme nicht, ey. Ich bin so aufgeregt. Was gut, ihr Feinde. Ich muss jetzt zu meinen Verbündeten gehen. Ja, tschüss jetzt. Tschüss. Channel switched. So, ich war nochmal... So, Leute, ich bin jetzt wieder da. Ich war gerade bei den Feinden gewesen. Jetzt können wir loslegen. Ich bin zwar nicht bereit, aber wir können trotzdem loslegen. Einen Moment. Halleluja. Ich habe übrigens noch keine Rechte im Club bekommen. Oh, ich hatte... Ja, ich denke mal, du musst genau. Aber nicht jetzt, oder? Ich dann später. Weißt du denn noch, wie du die reinholen kannst später? Also, kriegst du das hin? Oder die soll dich nochmal allen anflüstern oder anboten oder keine Ahnung? Ja, ich habe die gerade geedit. Ich kann mir die Namen sonst auch nochmal aufschreiben. Edile dich auch einfach mal. Genau, ihr seid da da. Genau, ihr seid da da pro. Macht das mal alles klar da. Achso, sind denn die, die jetzt in die Gruppe wollten, jetzt in unserer Gruppe? Oder sind da welche noch in der anderen Gruppe? Dann sage ich denen das auch nochmal, dass die Alex adden sollen oder sowas. Sind alle schon in unserer... Kriegt er jetzt alle... Ich stehe mir mal schnell die Namen. Wir fehlten ja... Achso, oder so. Sonst hättet ihr euch ja alle... Ihr macht das schon. Ich brauche mir da jetzt keinen Kopf da noch. Dass ich mal ein bisschen entspannen kann. Dass ich mich darauf konzentrieren kann, halt jetzt alle zu legen, da die ganzen Feinde. Mal sehen, wann ich besser werde. Ich bin mal gespannt, wann ich die ersten Champions mal so richtig rund mache. Mal sehen. Aber im Moment leider machen die mich alle rund. Die machen mich so rund, dass ich da noch sowas von rund bin. Ich bin also aber wirklich rund. Ach, das dauert nicht mehr lang. Ja, Mann. Es kommt der Tag, ja. Dann bin ich hier, bin ich hier... So was von, dann bin ich aber wirklich dann... Ja, Mann. Dann werde ich richtig mördermäßig sein. Und mit einem Lächeln im Gesicht. Das ist das Wichtigste, solange man noch Spaß hat. Ja, es soll ja Spaß machen. Also wenn man jetzt hier so ernsthaft alles sieht, dann soll ja auch Spaß machen, Mensch. Genau. Ja, Mann. Das ist allerwichtig. Weil wenn es keinen Bock mehr bringt, du machst es nur aus irgendwelchen, keine Ahnung was, dann ist das Spiel ja doof. Das versaut das ganze Spiel. Es soll ja Spaß machen, Mensch. Ich hab den notiert. Ja, weil man versaut sich sonst... Es ist so ein geiles Spiel. Man versaut sich dieses geile Spiel sonst nicht mehr. Auf geht's. So, damit jetzt keiner weiß, was ich nehme. Ich nehme Amy, ja. Okay. Okay. Willst du auch spielen? Das soll ja geheim sein. Das wird lustig. Warte mal, soll ich eigentlich immer noch dieses Tele... Nee, warte mal, ich hab ja dieses... Oh, der Instalock-Jungle. Ich hab das Teleporter-Ding. Warte mal, ich muss ja... Äh... Ich hab das Teleporter-Ding, ja. Sag mal, soll ich mit Amy Teleporter und Blitz behalten, oder soll ich was anderes nehmen? Ist eine Variante. Ja, okay. Ich sag mal, Standard in der Mitte sind Ignite, Barriere oder Teleport. Je nach Spielweise. Ja, was wäre denn jetzt für meine Spielweise angesagt? Was bin ich denn für eine Spielweise? Also Ignite ist offensiv, wenn du deinen Gegner wirklich töten möchtest. Ja, ich will alle... Barriere ist, wenn du einen Gegner hast, der dich sehr schnell töten kann und den überleben möchtest. Ja, den möchte ich überleben. Der Teleport ist so ein bisschen flexibel. Damit kannst du immer wieder auf die Lane oder auf andere Lanes teleportieren. Ich brauch was gegen Schutz, also Barriere, ja? Du kannst Barriere nehmen. Okay, dann Barriere. Okay, dann Barriere. Barriere? Aber nicht statt dem Blitz. Was? Also Blitz und Barriere. Du hast grad Blitz weggepackt. Mann, aber... Warte... War... 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 Ein bisschen Draven-Skin Und die machen wir platt Ich bin ganz gespannt ob wir gegen eine Caitlyn jetzt auf der Botland spielen Und denkt dann Leute, gebt euch Mühe und seid glorreich Ihr wisst ja, wir kämpfen für die Schwachen und die Armen Würde gar in der Arm So was haben wir denn alles hier oben Guck mal ich stehe in der Mitte Ich stehe in der Mitte, das ist ja witzig Das sieht irgendwie toll aus, oder? Oh nein, oh nein Guck mal hier Das sieht voll cool aus Das muss ich euch noch zeigen Denkt immer mit an Gosplay Ich habe das gesehen, das muss ich euch zeigen Das muss ich euch zeigen Ich weiß nicht wie ich damit aussehe Bestimmt bekloppt aber ich glaube ich muss mir das besorgen Guck mal Der Frostfeuer Annie gegen Kirille spielt Annie gegen Annie Echt jetzt? Ja, aber es ist Lux mit Es wird der Annie Support sein Warte mal Das ist Das ist Wer waren Kirille jetzt gewesen? Wer waren Kirille jetzt gewesen? Wer waren das jetzt nochmal? Für den war der Platenspieler der einer von Ramy Ramy war das? Das war Ramy ja? Oder war das Ramy? Ramy und Ramy ist Meru Meru, oh nein Meru Meru gegen mich Ich spiel gern gegen Meru Genau, Ramy steht ja da Ramy steht ja da Ramy steht ja da neben Äh, äh, Kirille war äh, Kyo Da fragt jemand, spielst du zum ersten Mal LOL? Ja, ähm, seh es mal noch irgendwie zum ersten Mal Es ist noch kein Ich spiel noch kein richtiges LOL Das, was ich spiele ist noch kein richtiges LOL Ne, ne man Oh, wie lange die Tiere hier am Start Guck dir die Tiere wieder Warte mal, dann mach mal Warte mal Ich muss kaufen Ich mach schon Einmal wiederum vergessen hier noch einen zu kaufen Warte mal, dann mach ich mir mein Ding Ding, dong, dong Ich bin fertig So, ich muss also Ich geh in die Middleland, oder? Ja Alright, guck mal hier steht ja Wow, hier steht voll Wow, guck dir den mal an hier Willkommen in der Kluft der Beschwörer Wow Fjur, ist nicht cool Gar nicht Was für ein Lord Vaden, habt ihr Lord Vaden grad gesehen? Sei kein Angsthase Der sah riesig aus, Lord Vaden Lord Vaden sah riesig aus So Die dumm, die dumm Jetzt müssen wir aufpassen Ich muss die richtigen Tasten jetzt drücken Weil ich hab jetzt meine Ich hab meine Tastatur umgestellt Oh Mann, oh Mann, oh Mann Also wenn jetzt gar nichts läuft Wundert euch nicht Ich muss jetzt mal mich an die neue Tastatureinstellung ein bisschen gewöhnen Bleib nicht zurück Das heißt im ersten Abschnitt Bin ich wahrscheinlich tödlich am rumlosen Schlimmer als sonst wahrscheinlich Mal sehen Das ist mal jetzt üben Wenn ich das erstmal mit meiner neuen Tastatureinstellung habe dann Dumpli dumm Ah, ich brauche ja nicht Ich kann ja mit dem Dings das machen Oh, und seit die sind hat Items vergessen Ist das Absicht? Wie hat's denn Wie hat's denn Was, ich hab was Ich hab nichts vergessen, oder? Mach mir hier keine Angst Mach mir hier keine Angst Ich seh die gar nicht Hier kommt gar keine Ahnung Hm? Wo, wo sind die denn? Hier lang Vermutlich nur unterm Turm Oder covern Das heißt bei den Jungle Camps davor stehen Damit wir nicht invaden Die verstecken sich schon wieder Die verstecken sich schon wieder Ich spiel nicht schon wieder für ein Zwischenspiel hier Ja das wär lustig Ich spiel nie mit Strecken Ah, da kommt was Oh nein, die hat so eine große Reichweite Glaub ich Jo, 4 Wochen Ach, zu spät Zu spät Zu spät Hä? Sind wir schon da? Ich glaub jetzt hat's geklappt Sag mal, wo lacht meine die ganze Ich sag mal, wo lacht dann die die Abends Kommt raus, kommt raus Wo immer ihr seid Ach, das war zu früh, Mann Das war zu früh Hat der Dings Ah Also mit dem, dass ich mein Mana zurückbekomme Das ist total schwierig noch Also das krieg ich noch gar nicht Dann bin ich noch so was vom Fern Von dieser Fähigkeit Ich bin nicht getroffen worden, oder? Bin ich getroffen? Ey, ich hab einen Stern auf dem Kopf Ich hab einen Stern auf dem Kopf gehabt Was bedeutet denn das? Ich hab grad einen Stern auf dem Kopf Ich hab grad einen Stern auf dem Kopf Was bedeutet denn das? Ähm, das ist Lux eh vermutlich Oder die Passive Je nachdem Die hat verschiedene Fähigkeiten Die so ein bisschen wie Sterne aussehen Ich muss unbedingt ein Spiel bekommen Weil ich diese, diese epische Kuh Ah, Mana hat alle Ja, war ja knapp Ich muss einfach nur den letzten Treffer setzen Ich bin gleich in die Mitte Ich bin nie mit Streichhölzern Komm mal Ich bin drauf Ah, schade, ich hätte noch einen Oh Mann, oh Mann Ich hab Angst, Leute Irgendwie hab ich Angst Ich hab Angst, mich zum Bob wiederzumachen Ich will mich nicht zum Bob machen Ich hab Angst, mich zum Bob wiederzumachen Ich will mich nicht zum Bob machen Kein Problem Nimm das Endless Support ist nervig Oh ja Kann man alles sehen? Ich muss ja so spielen, dass die Leute auch was sehen können Ja, Mana Ine, Mene, Kokel Mann, schieß doch mal Zwingt mich nicht, euch wehzutun Zwingt mich nicht, euch wehzutun Boah, ich Sag mal meine, meine, ähm Q, ja, meine Q Mein W Mein W verbraucht auch ganz schön viel Mana denn, oder? Wenn ich W benutze Jo Okay Ja, ich muss unbedingt mit meinem Mana lernen Das muss ich auf jeden Fall Weil ich hab immer Mana Mangel Auf jeden Fall muss ich Mana irgendwie lernen Ich muss das mit dem Mana lernen Weiß noch nicht wie, aber das ist auf jeden Fall explizit wichtig Zumindest bei meiner Aini Ey, ich hab noch so viel zu lernen Weil die anderen, die anderen Klassen, manche haben ja gar keinen Mana Ich muss noch so viel lernen Ja, stimmt Gibt doch Champions mit Energie Jetzt hab ich glaub ich richtig gemacht Jetzt hab ich glaub ich einmal richtig gemacht Nur ein Gefühl Ah, das war zu früh Ne, warte Das ist das Äh, J4 ist Botlane Ja Ach, warte mal ich kann ja dieses, warte mal ich kann ja dieses Dieses, dieses, schon, ich kann ja mal dieses Ballding benutzen wie, was, 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 was macht, was machst du, warte mal genau, warte Ja, das war doch Ja, das war doch Ja, das war doch Ja, das war doch Top ist Mist Okay, ist noch dran Pass auf, Botfield Hast du meinen Bären Tebas gesehen? Habt ihr meinen Bären Tebas gesehen? Ja Leider nicht Hier, der, äh, Dings, äh Ja, Botrun, Botrun bitte Äh, hier, mein, 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 mein Schemm geht gerade, geht nach Botlane, äh, Jungle Yo, einfach vier Leute, komm Sei kein Angsthase Habe ich, hab ich, ne, hab wieder nicht richtig getroffen, schade Ich versuch die ganze Zeit zu, äh, ich versuch die ganze Zeit zu üben, dass ich mein Mana zurückbekomme Das ist auch gut so Naja Ich darf nicht im Hypno-Modus, wenn ich den Hypno-Modus wechsle, hab ich wieder Los Easy Hey Hey, von Ash ist sogar noch raus Ja Ich schaff es, ich schaff es, ich schaff es Ey, der, ja, der verfolgt mir, ver- sag mal Ich bin Cy-Long-Sorts gegangen Ich hab mein Mana nicht zurückbekommen Aber ich hab mein K-Bas 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 Ich hab die falsche Taste gedrückt Ich hab die falsche Taste grade gedrückt Ich hab die falsche Taste grade gedrückt dass dich dann die gegnerischen Minions angreifen. Ich sehe gerade das erste Manko bei meiner Tastatur-Einstellung. Wenn ich jetzt nämlich meinen Zaubertrank hier trinken will, meinen Heiltrank trinken will, dann muss ich jetzt einen weiteren Finger machen hier. Ich muss einen langen Schuh machen, kannst du sagen. Weil ich muss jetzt höchst... Ah gut, das mache ich ja nicht so oft. Sonst kannst du das auch noch anfassen. Ja, oder ich muss... Ja, mal sehen. Wahrscheinlich habe ich nachher eine komplett eigene, geskillte Tastaturbelegung hier. Hier lang. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Ja, das hatte ich nicht. Ich bin gar nicht so in die Schafe of Games. Und ja, ich glaube, sie hat gewartet. Sorry. Autsch, da hat mir noch einer kleine... Ich lände auf das Schild gerade raus. Jetzt bräuchte ich mal Mana, jetzt bräuchte ich mal Mana. Ich bin so lucky, dass er in dem Moment runtergekommen ist. Ja. Ich hoffe, es muss auch flashen, um ihn wegzukriegen. Ich hoffe, es ist noch da. Das war ein perfektes Timing, weil ich halt auch offensichtlich Flash bin. Ja, ich hatte die Lande dann auch... Oh, jetzt hätte ich mich gerade erschrocken. Ich dachte gerade, es kommt gerade ein Champion. Aber... Ich habe mich gerade voller Schrocken. Ich dachte, jetzt kommt ein Champion hier. Ein Fight, ich war Champion, dachte ich gerade. Ah, zu spät. Mein Turm hat einen Knacks weg. Volle Konzentration. Ich spiele nie mit Streichhölzern. Ich spiele nie mit Streichhölzern. Oh, das hat doch gereicht. Nee, das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. Mein Dings kam zu spät, meine Energie da. Also, könntest du mit einer Lantern vielleicht was machen? Was machen wir? Soll ich was helfen können? Ihr müsst mir das immer sagen. Ich kriege das nicht mal... Ich bin gerade im Kampf, Frau ich dann immer. Ja, hier dürfte eigentlich nicht gewordet sein. Da könntest du eigentlich reingehen. Wir haben versucht, uns überleihen. Ich habe eh den Wach von daher. Hier lang. Hier weiß ich nicht. Hier könnte, weil ich hier vorne haben sie öfters. Oder einmal. Da, da, da. Mach mal. Oh, schade. Hätte ich noch meine Mana zurückbekommen. Jetzt bei dem. Nein, jetzt nur noch eine. Wir werden die einfach in den Weg hinlassen mit Annie. Ja, sie hat es dann und für das. Was soll ich machen? Soll ich was machen? Kein, vielleicht. Nee, nee, die Reden wird auch nicht. Ich muss noch einkaufen gehen irgendwann jetzt. Kann ich schon einkaufen? Könnt ihr mal irgendwie die Midlane ein bisschen? Weil ich muss mal... Gerade ist keiner da. Guck auf die Karte. Da ist das Kaisler-Jack. Okay. Versuch noch durchzuhalten. Nee, ich halte ja durch. Aber ich wollte mal shoppen machen gehen. Weil ich habe 1600... Ich habe 1600 angefarmt jetzt. Äh, warte mal. Ein Verbündeter, was macht ihr da? Ihr sterbt ja alle. Hat die Ash geflasht? Hat die Ash geflasht? Die Ash geflasht. Das treibt sich sogar. Die Ash geflasht. Denkt dran, die Ash muss geflasht werden. Die Ash geflasht. Oh, guck mal. Ich glaube, hier kommen jetzt... Hey, hier kommen jetzt dickere Soldaten. Hier kommen ja dickere. Oh, Lux ist top. Hier kommen goldene Soldaten, Leute. Bei mir kommen goldene Soldaten. Versalen. Goldene Versalen. Kann ich jetzt shoppen machen gehen? Bux hat wieder raus. Kann die das? Müsste auch da nehmen. Leute, kann ich ja... Ich gehe mal... Weil ich sehe hier gerade keinen. Ich gehe mal shoppen machen, ja? Ich gehe mal kurz shoppen. Warte mal, ich hätte mich auch hinteleponiert. Und zwar... Ja, Mann, die Schuhe des Wanderers kriege ich jetzt. Was für Schuhe? Na, die Schuhe des Wanderers. Äh, nee, ich spare noch ein bisschen für 1100. Das heißt, noch einen Augenblick sparen. Bleib nicht zurück. Los, Annie, in die Mitte. Bevor unser Atom fällt. Nicht, dass wir getauert werden. Ah. Ja, für die Zuschauer. Ich spiele nie... Für die Zuschauer, ich muss mich konzentrieren. Denk an. Ich will da mal einen Schluck Kaffee trinken. Ich hab Durst, Leute, ich hab Durst, Mann. Aber ich will jetzt hier nicht... Da tut dieser Flash aus. Luxus miss. Man, das ist so schwierig mit diesem Mana zurückbekommen. Ich weiß nicht, wie wir das alle mal hinbekommen möchten. Legend, da stehen vier Worts drin. Mach doch mal diese... Oh mein Gott, Javan, 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 Javan. Ich hatte kein Flash, nichts. Das ist ja schon ein paar Flash-Tivers. Er hatte auch keinen Thumbs mehr. Ich versuche, ihn nicht zu machen, aber ich denke, ich werde Hilfe brauchen. Was haben die noch ab? Die ist weg, Minutes. Ähm, die haben keinen Geal mehr. Ash dürfte eigentlich keinen Flash mehr haben. Und hier könnte auch wieder ab sein. Sind wir schon da? Boah, der Schaden, ey, das ist so lächerlich. Komm mal. Auf jeden Fall haben die gar keine Ulti. Einfach nur die Prügel, die Kugel. Jo. Oh, der Ulti kommt an. Mein Job hier ist dein. Wir spunden! Good job. Iggy. Mist, hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Oh, Schade. Mist, ich habe gerade versucht, professionell meinen Tebas zu steuern. Es war ein bisschen schwierig. Ich musste mich auf alle Tasten konzentrieren plus Tebas. Das war gerade ein bisschen viel gerade. Warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich. Mein Tebas ist schon aber gerade, ich habe keinen Tebas mehr. Er ist leider gerade glorreich im Kampf gestorben. Geh weg, du bist gemein zu mir. Er küsst dich. Voll AP, Alistair. Jupp. Es tut mir leid für sie, aber ich muss mich ja irgendwo beschäftigen. Die Top ist durch. Die Top ist durch. Ja, mach ruhig. Ich muss mich irgendwo beschäftigen. Ein Champ sucht Arbeit. Oh nein! Oh nein! Ich muss weg, ich muss weg! Ich habe Termine! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das war gemein! Das war gemein! Da kam einer irgendwoher geschwungen. Gut, mir leid. Ich habe geschrieben. Das hätte ich haben nicht mehr. Oh nein! Jetzt kann ich wenigstens noch wo immer shoppen. Ich bin auch gar nicht... Hast du noch nicht gekriegt? Das kann ja mal shoppen gehen. Das kann ja mal shoppen gehen. Ich kann die eigentlich holen. Danke für den Shoprate. Ist nicht so weit weg. Ich komme gleich. Ach, wann gibt es das nächste? Ab 850 kann ich wieder. Okay. Oh, ich bin aber lange weg. Ich liege ja fast im Koma hier. Ich kann das sehen ja. Und in die Mitte! Ich bin unterwegs nach oben. Leute, das ist aber total... Ich muss mal... Das ist... Boah. Mit der Tastatur ist es jetzt aber wirklich mal ein ganz anderes Ding irgendwie. Das Blutrauschen. Guck mal durch. Vorhin mit Sarah sah das noch so einfach aus. Aber im Kampf sieht die Welt schon wieder ganz anders. Also in der Theorie sah es ganz gut aus. In der Praxis ist es jetzt mal sehen. Muss ich mal sehen. Das ist Übung. Ja, ja, ja. Das merke ich. Oh, ciao. Oh, nein. Zu früh. Oh. Du bist da oben weiter durch. Ah, Mist. Timbas, greif dich an. Gottland fehlt. Wenigstens ein bisschen angegriffen. Wenigstens ein bisschen. Ich habe 3-Kalb-Gold. Ich muss das anbekommen. Mann, ey. Mann. Warte mal, 4 jetzt. Achso, 1800. Warte mal, jetzt gleich. 850. Ja, Mann. Achso, deswegen soll ich... Ich würde gerne weggehen, ne? Okay. Achtung auf der Midlane hier, der Turm. Ich werde getowered gerade hier. Mann, ihr geht auch in Richtung heute. Ich werde hier getowered. Oh, ne, 4 Uhr habe ich kaum noch. Nein, 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 nein. Übrigens habt ihr meinen Bären Thebas gesehen? So, der braucht noch, bis er kommt. Thebas, gib Gas, ich brauche dich. Ich brauche doch meinen Teddy, Mensch. Wie soll ich dann ohne meinen Teddy was machen? Ich brauche meinen Teddy. Guck mal, der sieht so süß aus. Mann, hier ist so süß. Mann, hier kommt raus. Vor allem, der Skin ist so geil. Der sieht so geil aus, der Skin. Der sieht so... Oh, Mann. Nein, die ist ja immer noch da. Ich dachte, die ist nach Hause gegangen. Jetzt habe ich gerade... Die ist wiedergekommen. Die soll auch nicht wiederkommen. Ausgeslashed. Die ist ja schon Level 12 da. Der Turm wird gelegt, der Turm. Oh, nein. Der Turm. Damit es sogar ein bisschen stärker gehen kann. Dann hättest du dem vielleicht noch nachgekommen können, den Turm. Ich hab mich nicht getraut. Ich hab's gesehen. Dann müssen wir jetzt auch einen Turm hier legen. Wir müssen jetzt auch mit dem Turm legen. Sehr schön. Wir müssen jetzt auch einen Turm hier legen. Los. Dann pfuscht man den Turm weiter. Natürlich richtig. Geht der gar nicht mit dir? Das Q geht auf den Fuß. Wird das auch weg, ne? Aber mag ich nicht. Der Turm, man. Wir brauchen den Turm. Wir müssen mal ein bisschen Mana versprechen. Los, mach den Turm jetzt. Nicht du, nicht du, nicht du. Oh man, oh nein. Oh, da kommt Aish. Aish war da gerade. Oder Aish wie ich sie immer nenne. Ist die gefährlich? Gegen mich? Ich hab noch mein Bärchen dabei. Soll ich dir mal mein Bärchen zeigen? Soll ich dir mal ein Bärchen zeigen? Ich will eigentlich. Verdammt. Jetzt kommen zwei. Jetzt kommen hier zwei. Ich geh mal mit. Soll ich bei dir bleiben oder soll ich wegrennen? Bleib ruhig bei mir. Bleib ruhig bei mir. Ich versteck mich hinter den Stirnacken hier. Ein Stück zurück. Ein Stück zurück. Zum Toben. Ich bin mein Toben. Unterstützung. Angriff. Ein Stück zurück. Da jetzt. Ey, da ist gerade ein... Ey, was ist mit den Versalen los? Die rennen ja... Was ist mit den Versalen los? Die wollen ja am Turm vorbei rennen. Ich bin nicht mehr weg. Warte, ihr seid weg. Bleib da. Bleib da, geht nicht weg. Ich bin mit den Stunts rein. Also vorsichtig über euch sind. Klubs hat Annie. Ja, da ist Annie. Was jetzt? Bin ich jetzt alleine? Ja. Vorsichtig. Äh... Ich arbeite nicht. Mit Streichhölzern. Ne, die wollen den Drake wahrscheinlich haben. Wir haben sie jetzt. Kann man nicht contesten. Die haben... Die haben den Drake? Noch nicht, aber sie könnten ihn holen. Aber sie braucht es nicht. Na vorsichtig. Annie und Lux sind rechts. Seid ein Angsthase. Okay, Annie ist ganz unten. Ach, ich hab mein... Ich glaub mein Mann dazu bekommen. Ach, das... Ey, das ist alles gleichzeitig zu lernen. Das wird noch ein harter Schuh hier. Hilfe? Warte, ich mach mal ein Dings. Okay. Sind wir schon da? Warum ist jetzt... Was ist noch da? Was... Soll ich auf der Midlane bleiben? Oder soll ich irgendwo hingehen? Die wird gekämpft. Ich glaube, ich komme von rechts. Aber ich brauche noch eine Weide. Die Bogenhilfe. Vorsichtig. Oh, das ist Tibbers. Das ist Tibbers. Das ist Tibbers gegen Tibbers. Nein, oh nein, oh nein, oh nein. Tibbers gegen Tibbers. Das war geil. Tibbers gegen Tibbers. Das... Wer hat jetzt gewonnen? Hat meiner gewonnen? Ich... Welcher Tibbers hat jetzt gewonnen? Hat mein Tibbers... Ich hoffe mein Tibbers war stärker gewesen. Wir sagen einfach ja. Ja, Mann. Sag ja. Sag ja, mein Tibbers hat gewonnen. So. Mein Tibbers hat gewonnen. Genau. Ich muss mal... Wo... Wo... Wo sind die Kämpfe? Ich muss ja den Leuten die Kämpfe zeigen. Die glorreichen Kämpfe. Nein, das... Ich habe gar nichts gekämpft. Ich frage mich für die Sünde. Kann sein, dass wir Dragon machen. Auf der... Auf der Botlane hier... Auf der Botlane... Okay, zu spät. Okay, zu spät. Wo soll ich hinkommen? Soll ich irgendwo hinkommen? Soll ich irgendwo hinkommen? Ja, die haben Dragon. Schade. Auf der Botlane. Ja. Ja, da kannst du grad ein bisschen durchpushen. Ein bisschen durchpushen. Durchpushen? Durch. Pass auf, wenn wir nicht alle sehen. Also nicht zu weit. Das ist noch die Wave. Und vielleicht noch die nächste. Und dann zu uns mit in der Mitte. Die nächste Rave nach. Hast du meinen Bären hier was gesehen? Rave ist gut. Das ist... Rave ist immer gut. Das ist die nächste Minion Wave. Also die nächsten 6 Creeps, die dann kommen. Die kommen ja immer in Wellen. In Waves. Ihr Team hat einen Turm zerstört. Zeit zum Spielen! Ein Gegner wurde getötet. Oh. Nice. Er hat die Old gemusst. Ja. Ja, so. Und dann? Ne, das macht nicht. Jetzt kannst du auch weiter durchpushen. Weil wir haben gerade alle Gepläne in der Mitte. Oh, na dann. Voll auf den Turm. Voll auf die 12 hier. Voll auf die 12. Wir sehen aber nicht mehr alle. Also es kann sein, dass es wieder zurückkommt. Wir haben gerade Base geportet. Aber ich glaube den Turm kannst du ihn eventuell noch holen. Wir machen hier weiter Druck. Los. Mach den Turm. Mach den Turm, Leute. Mach den Turm. Auf den Turm. Auf den Turm. Ich hätt mir erstmal meine Vasalen. Ich mach mal meine Vasalen. Ich kann mich mehr Gold fallen nehmen. Das wäre bei der Cooldowns. Jetzt erstmal die Vasalentür nehmen. Oh nein. Oh nein. Schade. Ich dachte ich hab den Gegner getötet. Oh nein. Oh nein. Ich hab keinen Durchbring gehabt. Ich dachte ich hab den Gegner getötet. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich hab doch gar nicht mitgekriegt. Oh Mann. 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 Bleib nicht zurück! Oh, ein schöner Winkel. Können wir da noch was machen? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Lauf schneller, lauf schneller! Ja, du schaffst es noch, du schaffst es noch! Lauf wie der Wind, du bist das kleine Kind! Ah, ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ja, komm! Ich? Warte, ich kann ja Flasch machen! Oh nein, oh nein, oh nein! Oh nein, oh nein! Ja, ich war verwirrt, weil du gesagt hast, ich dachte, Mensch, jetzt war ich verwirrt gerade! Oh man, oh man, oh man! Ich hatte extra meinen Flasch und oh nein, oh nein, oh nein! Den hast du leider auf der Stelle gemacht! Ja, oh man, oh man, oh man! Aber wie gesagt, da habe ich die Taste gefunden! Wichtig war es mal, die Taste zu finden! Ich meine, ich habe die Taste gefunden, Leute! Das ist ja auch schon mal was! Warte mal, aber jetzt, oh Leute, wir haben hier Stress, wir haben hier Stress! Richtig! Die machen alles kaputt, wir haben gerade so schön aufgeräumt alles! Oh nein, oh nein, oh nein, sie machen alles kaputt! Aber warte mal, die sind auch irgendwie... Wo sind die alle? Der Gegner hat einen Turm zu schaffen! Ist das Botlane? Irgendjemand macht hier komische Geräusche mal so... Warte mal, wo sind die da alle? Auf der Toplane haben wir nur Versalen... Warte mal, ich bin schon wieder da! Seid kein Angsthase! Denkt dran, seid kein Angsthase! Ja, denkt dran! Wo soll ich hinkommen? Ich glaube, Botlane, oder? Da gibt es Versalen zu klatschen! Botlane oder Midlane gerade? Habe ich gerade zu müssen... Und auf der Midlane kommt auch eine ganze Armee zum Farmen! Sehe ich gerade auf der Karte! Ich spiele nie mit Streicher und Streicher! Okay, dann können wir ja durch den Dschungel reingehen! Durch den Dschungel! Ja, komm! Coole Sache! Durch den Dschungel! In den Dschungel! Überall sind sie ja am Dschungel töten! Andy marschiert erstmal an alle... Andy marschiert an alle Helden erstmal vorbei! Oh nein, jetzt kommen ja die Großen! Jetzt kommen ja die Großen! Oh nee, Mann! Oh Mann, ey! Oh nein, jetzt sind alle hochgesprungen! Ach nee, sonst fahren wir! Großart! Ja! Ich hoffe, ich habe meine Macht! Oh! Da kommen halt immer voll viele! Du warst aber auch ein bisschen sehr weit drinnen! Dass da irgendwann wer auftaucht, war zu erwarten! Ja, einen hätte ich ja geschafft! Soll ich... Soll ich mein Bärchen... Warte mal, ich hole Annie! Ja, Vorsicht! Die anderen sind auch da! Müssen die Ash erst rauskriegen! Ich habe meinen Tebas auf sie... Achso, der ist schon wieder da! Komm Bärchen, wir gehen doch mal ein bisschen... Bleib aber in der Nähe! Okay, ich komme, ich komme... Oh nein, die... Ich muss... Ich muss zurück! Ich bin ja fast tot! Oh nein, er lässt mich wirklich so! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Hol sie zurück! Geh den Bär! Ja, gehen da her! Komm, komm zurück Bär! Nein, ich will nicht sterben! Ich will am Leben bleiben! Oh danke! Ja, Lantern! Ja, okay, Lantern wollte nicht, sorry! Warte, ich... 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 Ich schicke meinen Bär zur Unterstützung! Ja, und rennen! Wo ist mein Bär? Wo ist mein Bär? Gebt mein Bär noch? Er ist tot! Wow! Warte, wenn ich schon hier oben bin, kann ich mich kurz mal heilen ein bisschen! Kurz mal heilen ein bisschen, ein bisschen heilen... Ein bisschen heile, heile, heile! Heile, heile, heile! Kaufe, kaufe, kaufe! Weiter, weiter, weiter! Weiter, weiter, weiter! Und zucken, wieder raus, raus! Und weiter geht's! Hüpf, hüpf! Oh nein, oh! Ich mag nicht, ich hab dran... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Bitte nicht, bitte nicht! Oh nein, Leute, wir kriegen böse Auer, wir kriegen böse Auer hier! Nein, macht was, macht was! Macht ihr, oh nein, oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wir sind gelegt vor uns, wir haben uns böse getauert, Leute! Wir haben uns böse getauert! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Ich bin, Leute, ich kann mich gar nicht richtig aufregen, weil ich total im Verwirrmodus bin! Ich bin total im Verwirrmodus! Warte mal, ich mach mal weiter! Guck mal, wie schön das Hortenrot läuft! Es leuchtet wieder so richtig schön im Hortenrot! Aber ich hab das Gefühl, ich war gar nicht so... Ich war jetzt nicht gut, aber ich glaube, ich war jetzt für meine Verhältnisse... Wenig Tode! Für meine Verhältnisse... Ja, oder? Das hatte ich auch geschont! Das hatte ich auch geschont! Ja, ich glaube... Ja, ich meine, für meine Verhältnisse, ich hab schon, glaube ich, schlechter gespielt! Also... Warte mal, ich hol die mal alle hoch! Warte mal... Oh, so viele! Und noch ein! Oh, ja... Oh, ja, voll die... Yuise, Yuise, Yuise! Hallöchen, ihr Feinde! Wie geht das nicht etwas sanfter? Ja, etwas sanfter...? Doch ich hab ja versucht! Das war gar nicht so einfach mit dem sanfterm... Ja Leute, was sagt ihr so? Die Feinde, wie habe ich gespielt? Sagt mal die Feinde, die Freunde hier, unsere Verbündeten, was sagen denen die Feinde dazu? Wie habe ich meine Annie gespielt? Ging das oder? Dein Tebas hat meinen einfach angegriffen. Sag, ja warte mal. Der wollte, der wollte, der hat sich gefreut mal wen kennenzulernen oder sowas. Weiß ich mal, welcher, bei diesem Tebas Kampf, wer hat denn da gewonnen? Meiner oder der andere? Wisst ihr das? Hat jemand das mitbekommen? Also ich habe das, ich habe das soweit mitbekommen Cosima, weil du gestorben bist und dein Tebas dann nochmal Leben dazu bekommen hat. Es war aber auch unfair, die haben die Tebas in ihr allein gelassen. Also, hat mein Tebas gewonnen gehabt, ja? Oder wie? Ja, deiner war großartig. Ja, komm, ihr lügt da alle schon wieder, ihr lügt da alle schon wieder, Mensch. Ja, und was sagt ihr zu meinem Annie-Spiel? Ist es besser geworden oder war es eher so ein schlechter? Was meint ihr so? Oder was, was, so die Gegner jetzt? Okay, ich bin weggerannt, aber... Weggerannt bist du sehr gut. Ja, also an der einen Stelle, wo er auf der Stelle geflasht ist. Ja, haben das die Feinde, habt ihr das mitbekommen, die Feinde jetzt, dass ich auf der Stelle geflasht bin? Nee, oder? Das habt ihr jetzt nicht mitbekommen? Also ich nicht. Ja, Gott sei Dank. Ich habe es auch nicht mitbekommen. Na Gott, ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass ich mich dann aus Solidarität mit geflasht habe. Ja, mit geflasht, aus Solidarität. Ich habe euch aber einmal verwechselt, also ich war dann voll irritiert, weil ihr ja gleich auch... Da wusste ich nicht, wer wer ist. Seht ihr hier, verbündete, ich hätte die Gegner verwirren können, indem ich mich zu Annie gestellt hätte. Ja, aber seht ihr, den Gegner verwirren, indem wir die gleiche Annie... Wer ist denn jetzt die richtige Annie von uns? Ja, und dann den Gegner ganz von hinten mit dem T-Bass auf den Kopf schlagen oder so. Na gut, da haben wir erstmal ein Spielchen gemacht, dann bedanke ich mich erstmal fürs Mitspielen. Sehr, sehr gerne, ich danke. Genau. Und dann bis demnächst mal wieder, wenn ihr Lust habt und so. Ihr wisst ja, und wenn ihr Lust habt... Klar. Genau, wer noch nicht in der Gruppe ist... Übrigens, genau, jetzt sind wir alle wieder da. Also Xandea kann euch in die Gruppe dann holen und so. Ja, wegen... Ihr wisst ja, wegen der Meisterschaft und so oder keine Ahnung, oder wenn wir mal zusammenspielen, dass man schon mal weiß, mit wem man schon mal zusammen gespielt hat und so. Okay? Dann erstmal vielen Dank, dann gehen wir erstmal alle wieder raus aus dem TS und ja... Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Machst du nur eine Runde heute? Ja, ich muss erstmal ein bisschen runterkommen. Oh, ich weiß... Ja, wir werden ja noch viel Lohl machen, Leute. Keine Angst, aber ich muss... Seitdem ist die Kosi doch mega gehypt jetzt. Also ich muss erstmal wieder ein bisschen... Ich brauche... Leute, es ist abgefahren alles hier. Ja, also erstmal vielen Dank, ja. Okay? Also erstmal alle raus. Okay, also tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Oh, das war gerade ein komplettes, gleichzeitiges Tschuf rausgehen, oder? Ja, Leute, wir machen ja noch Lohl. Guck mal, wenn wir andauernd... Ich brauche auch mal ein bisschen Skill im Kopf wieder. Sonst... Guck mal, ich muss jetzt zum Beispiel lernen, die Leute ausreden zu lassen, muss ich erstmal lernen. Ja, das hat unser Trailer-Jumper schon gesagt. Ich muss erstmal lernen, richtig zu moderieren. Dass ich die Leute aussprechen lasse, nett befrage. Dann nicht immer sag, sag mal hallo, sag mal hallo, sag mal hallo. Dass ich irgendwie noch ein bisschen dynamischer werde. Bei denen sag mal hallo, nicht immer nur hallo, sondern sag mal hey. Oder sag mal ho und sag mal hallo, hallo. Also, da sehen wir, das muss ja noch ein bisschen dynamischer werden, das muss noch lustiger. Also, es wird ja auch noch lustiger. Aber ich muss ja erstmal in den Griff bekommen, Geist. Wenn du jeden Tag so aggro hier Livestream machst, ich muss ja auch ein bisschen geistig verarbeiten. Ich hab ja so einen Alien-Kopf schon, eigentlich theoretisch. Könnt ihr jetzt nicht sehen, weil ich die Menschenmaske... Ich hab ja jetzt die Menschenhaut drüber, aber wenn ich meine Menschenhaut ausziehe, da hab ich so einen Kopf, so einen Kopf. Ja, aber ich hab jetzt die Menschenhaut drüber und das ist ein bisschen eng und deswegen drückt das gerade im Kopf drin und so. Weil der große Alien-Schädel, der will raus und das drückt gerade in dieser Menschenhaut-ähnlichen Gestalt. Ja, deswegen muss ich aber erstmal... Habt ihr gesehen? Ich hab grad VPK gemacht. Das machen die bei Enterprise, bei Star Trek, da machen die ständig dieses... Ja, die ziehen sich immer... Habt ihr das schon mal gemerkt? Bei Star Trek, die ziehen sich immer ihre Uniform wieder gerade. Ich bin schon wie bei Star Trek hier, ja. So, Energie. Ja, also ich... Aber ey, es war... Also von meinem Gefühl her, wie dieses Spiel war, es war irgendwie mystisch, oder? Ich hatte das Gefühl, es war irgendwie mystisch. Ich hatte so ein Gefühl von Mystischkeit, oder? Bei diesem Spiel. Weil ich hab versucht, nicht rumzualbern. Also ich hab versucht, diesmal nicht Hypno zu... Also nicht im Hypno-Modus wieder zu... Ich hab versucht, nicht Garen wieder zu werden. Sondern ich hab versucht, diesmal anständig zu spielen. Also nicht so viel rumalbern. Ich hab mich versucht zu konzentrieren. Aber irgendwie war es mystisch, oder? Es war unheimlich. Es war irgendwie... Mystisch-gruselig, irgendwie, finde ich. Also... Ja, irgendwie so. Aber ich hab mich konzentriert. Also, für die Leute, die zuschauen, ja. Denkt dann, wenn ich lerne, kann ich nicht Chat lesen. Weil... Ihr seht ja, ich krieg ja grad noch... Ich muss ja da ein Spiel, dann krieg ich ja gar nichts mehr. Wenn ich jetzt noch Chat lese, dann den Ball... Oh ja, Moment, ich muss mal kurz den Champion da töten. Aber ich lese... Kein Moment, Champion. Ah, tot. Ah, hier Ulti drauf. Tot. Also, was hast du geschrieben? Ah, ja. Ah, ja. Ja, noch zwei Stimmen. Gegnerische Dreifachtötung. Was hast du geschrieben? Ah, ja. Also, so geht's ja nicht. Kann der nicht so... Gegnerische Dreifachtötung. Göttlich! Und... Ja, ja, ja. Ja, doch. Hab ich gelesen, ja. Also, so geht's ja nicht. Also, ne? Dass du so nebenbei so... Während ich im Chat so lese, hörst du nebenbei so... Gegnerische Dreifachtötung. Ah, gut gemacht. Jetzt... Cosi ist göttlich oder so. Geht ja. Wie soll das gehen, man? Also, deswegen. Ich muss ja dann noch lernen erstmal noch. Ja, wenn ich dann erstmal Challenger bin, dann kann ich auch nebenbei Chat lesen, denk ich mal. Wenn ich dann Challenger bin, dann lese ich auch nebenbei Chat wahrscheinlich. Oder? Wahrscheinlich spiele ich das dann einarmig, oder? Wenn ich Challenger bin, dann spiele ich das einarmig. Ja, Mann. Ja. Wie denn? Wartet ab. Das kann nur ein Challenger. Die spielen das einarmig. Hier. Mit einer Hand. Und nur mit dem... Aber mit welcher? Nur mit der Maus? Also, so nicht. Auf keinen Fall. Ja, Mann. Ich muss mal gucken. Tabelle hier. Wie haben wir denn so... Sag mal. Und außerdem ist mir aufgefallen, das war ein schnelles Spiel, oder? Jetzt fällt mir das grad mal so auf. Das war ein schnelles Spiel, oder? Ja, Mann. Das war ein schnelles Spiel, oder? Seid mal ehrlich. Das war ein schnelles Spiel, finde ich. Und ich bin unter 10 gestirbt. Aber gut, die haben ja Rücksicht genommen. Die sind überhaupt alle wenig gestorben, schon wieder. Ist euch das mal aufgefallen? Wenn wir mit diesen komischen Diamantenleuten und Platin, Silber und Gold hier... Die sterben alle so wenig immer. Oder? Bild ich mir das jetzt nur ein. Die sterben... Wie machen die das dann alle immer? Aber guck mal, ich bin jetzt auch nicht so viel gestorben. Zwei sind mehr gestorben. Düdel, düdel. Okay, ich wurde ja verschont. Also ich muss ja... Ich kann ja eigentlich... Ich bin ja so klein mit Hut. Ich darf gar keine große Klappe eigentlich haben. Aber hey, lass mich da auch mal ein bisschen Freude. Nicht mal einen Champion gelegt. Nicht mal einen. Aber beinahe fast vielleicht... Naja, nee, eigentlich nicht. Ach. Ja, das war irgendwie... Es war müßlich auf jeden Fall. Irgendwie war es müßlich gewesen. Und hat Bock gebracht. Es hat... Irgendwie... Ich hab versucht, wir ja nicht auszuflippen. Gut. Also für die LOL-Leute erstmal... Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen jetzt irgendwas anderes. Das ist nicht... Nicht LOL... Nichts LOL-mäßiges. Ist eigentlich Trailer-Jumper da? Warte mal... Irgendwann von unserem... Wegen einem gewissen Spiel was ich dann... Nee, Trailer ist gar nicht da. Also dann können wir das... Sonst hätte ich jetzt gesagt, spielen wir jetzt noch ein bisschen Dings hier. Dieses komische... Ist irgendwie lustig. Aber das ist... Trailer ist nicht da. Und Puffer ist auch nicht in der Nähe. Die sind die Einzigen, mit die ich das schon gespielt habe. Und zwar... Sonst hätte ich jetzt gespielt... Ähm... Na? Wie heißt das Ding? Aber ich muss gucken. Äh... Wo ist denn dieses komische Spiel? Hier, dieses Spiral-Dings. Dann hätten wir dieses Spiral-Dings jetzt gespielt. Aber... Da fehlen mir grad die Spieler, mit denen ich das angefangen und gespielt habe. Das ist ja auch ein Multiplayer-Spiel. Dieses Spiral-Ritter, wie wir es nennen, ja? Äh... Spiral-Ritter. Äh... Ja, ist irgendwie lustig. Aber wie gesagt... Ich sehe Puffer nicht und ich sehe auch nicht... Also können wir das nicht spielen. Könnte ja noch ein bisschen Dota... Dota, hä? Dota? Dotter? Soll ich noch ein bisschen Dotter spielen? Nein, Mann. Doch. Sag doch nicht nein, Mann. Sag mal doch, Mann. Äh... Ich guck gerade. Was war denn da noch auf dem Programm? Ja, Kosi, ich spiel Dotter. Dada, da, 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 da... Ach so, für die Trolle jetzt, ja? Ihr könnt ja zu den nächsten Loll-Spielern gehen, bitte, ja? Ich bin jetzt fertig mit Loll erstmal. Und vielen Dank für die Loll-Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen jetzt wieder interne Hypnos-World, gesagt. Das ist uninteressant, wenn jetzt wirklich reine Loll-Spieler hier sind, also die nur Loll-Spielen, das wird jetzt uninteressant für euch. Wir machen jetzt hier so andere Geschichten, so... So, äh... Also andere ferkelige Sachen, also... Ja, also... Auf jeden Fall vielen Dank für die Leute, für die Loll-Leute fürs Zuschauen. Für die... Für die Aufrechterhaltung des Geistigen... Ne, wie auch... Ne, das funktioniert also. Lass mich mal rausgehen, lass mal hier. Lass mich nochmal den... Warte mal, jetzt läuft das schon, oder? Jetzt... Weltmeisterschaft läuft schon. Jetzt geht's schon los. Na-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da guck mal, da hat einer nur Buchstaben aneinander gereiht hat es bei der Account-Erstellung nicht mehr gereicht, für den ganzen richtigen Namen sich zu erstellen, müsst ihr schon so schnell die neuen Accounts erstellen das ist doof, oder? Nein gut, dann erstmal raus hier ich freue mich schon aufs nächste Mal und denkt dann, für die Zukunft müssen wir mal überlegen wir wollen ja die erste deutsche Amateur-Meisterschaft in League of Legends machen dafür müssen wir noch die Website erstellen, auch für Counter-Strike also packe ich die erste deutsche Meisterschaft in Counter-Strike, oder gibt es es schon? Gibt es eigentlich Amateur-Meisterschaften in Counter-Strike? Wenn nicht dann führen wir es halt ein, ist auch kein Problem und mal gucken, was wir noch für Meisterschaften machen aber wir brauchen noch eine Website dafür denn meine Website will ich dafür nicht nehmen, das passt da nicht hin das ist einfach nur, dass wir Cosima sind das ist denen gut, also für mehr ist die Website gar nicht gedacht eigentlich und so nach dem Motto, ob sie da ist oder nicht die ist jetzt nicht wichtig die ist einfach nur so da und ja genau, also das sind wir am rummachen mit dem, also das heißt noch nicht wir sind ja noch am bereden, wie wir was am besten machen können sagt jemand, lasst Counter-Strike spielen nein, ist in Vorbereitung achso, für alle die es noch nicht wissen das Spielevorstellungsvideo ist gemacht also wer es noch nicht gesehen hat ich habe das Spielevorstellungsvideo gemacht ja also es ist draußen, es ist auf YouTube schon da also es ist auf YouTube da das Spielevorstellungsvideo ist auf YouTube da ja, einfach mal reinziehen dann wisst ihr Bescheid, was so abgeht also da sind ja auch wieder viele Informationen und Ansagen und Pläne und Träume und Verluste und Leid und Kummer und Pfannkuchen ist alles in dem Video drin Schokolade, Verpackung, Spannung alles drin, alles in allen Dingen drin musst du einfach angucken also dieses Spielevorstellungsvideo sag mal, kann man jemand weiß jemand, dieses Lied was hier bei Lo immer war dieses mit diesem fliegenden Mädchen dieses was aussah wie Wings Club dieses da 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 gibt es da irgendwie einen YouTube Link oder so dass man das mal per YouTube hören kann oder so was war denn das hat da jemand einen YouTube Link für mich oder so dass ich das nochmal hören kann dieses da 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 hier Deluxe vielleicht nee, Deluxe war noch nicht da doch, Deluxe kennst du auch weiß einer von euch, von den Alten hier oder die Trolle für die Trolle mal hier für die Flamer, Hita, Lamer ihr wisst ihr, die ganzen Eierköpfe kennt ihr dieses Lied? diese da 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 könnt ihr mir mal den Link posten okay, ihr werdet zwar gleich gebannt aber könnt ihr mir, bevor gebannt werdet nochmal den Link posten bitte das wäre echt nett von euch echt nice dann kann ich das nochmal per YouTube jetzt mal abspielen dann kann ich das nochmal hören ich will das gerne nochmal hören dieses na da 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 so, ich verabschiede mich nochmal genau Xandea 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 ich will nicht Alex sagen ich will Xandea sagen okay, das klingt irgendwie epischer Alex auch logisch dieses hey, hier kommt Alex Vorhang auf für eine Bühnenshow natürlich auch geht auch aber Xandea klingt halt LOL mäßiger also es klingt halt rollenspiel mäßiger Deswegen ist natürlich Sandeer ein schöner Name, wenn ich den sage. Logisch. Logisch, Mann. Alex geht natürlich auch, ist aber eine andere Nummer dann. Ist nicht so rollenspielmäßig. Deswegen lieber Sandeer. Also, mach's gut. Schlaf schön, träume mal schönes. Wie spät haben wir es überhaupt? 0 Uhr 30? Mann, Mann. Cosima, du musst früher kommen, damit die Trolle mehr Zeit dann zum Rumtrollen, oder? Seid mal ehrlich. Ich muss mir mehr Zeit für die Trolle nehmen. Ich komme mal so spät, dann sind die alle schon müde. Dann können sie nicht mehr richtig Gas geben. Ich muss früher kommen. Jemand sagt, heilige Cosima. Oh, Mann, oh, Mann, Mann. Nein, ich habe keine. Bei mir ist alles echt, Leute. Denkt dran, an mir ist alles echt. War ein hartes Stück Arbeit. Hartes Stück Arbeit über mehrere Jahre. Über mehrere Jahre. Also alles, was ihr an mir seht, ist echt. Und das war ein hartes Stück Arbeit gewesen, sage ich euch. Als nächstes kommt das nächste harte Stück Arbeit, ja, und zwar, wie kriege ich meinen dicken Bauch wieder weg? Ja, Mann. Und wie bleibt die Brust? Wie bleibt die Brust, ohne dass der Bauch, äh, nee, wie bleibt die Brust, dass nur der Bauch weggeht? Das Problem kennen viele, oder? Vor allen Dingen die Männer. Ne, warte mal. Die Frauen. Oder die Männer? Die Männer vielleicht auch. Wie bleibt die Brust, dass der Bauch weggeht, ne? Vielleicht auch für die Männer. Wie jetzt, was jetzt? Ey, wisst ihr? Also, Mann. So, jetzt mal Aufnahme B enden. Aber erst mal gehen wir hier kurz raus. Da, 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 da. Warte mal, äh, ich muss immer raus hier. Guck mal, da gibt es eine schöne Jacke. Was ist denn das für eine italienische Fleckensjacke, oder was? Ja, was? Herausforderer, Belohnungen. Herausforderer, wem muss ich dann umklatschen, dass ich die Jacke bekomme? Soll ich mal raufklicken? Wem, wem klatsche ich um, dass ich die Jacke bekomme, warte? WIP, W-I-B, was heißt Weltmeisterschaft in IP, oder was heißt diese Jacke? Herausforderungsbelohnung. Kriege ich diese Jacke? Wem muss ich dann umklatschen? Hallo Beschwörer, hier ist, äh, ich spreche heute über die neuen Herausfordererbelohnungen. Wir haben vor kurzem brandneue, äh, reale Belohnungen für die Herausfordererklasse angekündigt. Und das wird dich erwarten. Kriege ich jetzt die Jacke? Kann ich diese Jacke da haben? Da, 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 kann ich diese Jacke haben? Steht mir die Jacke überhaupt? Die ist so blau, ne? Ist eigentlich Jungsfarbe, blau ist Jungsfarbe, ne? Zack, jetzt geht das mal raus. Sag, leb wohl, war schön mit dir. Aber wollen wir noch einmal kurz die Fackel anzunehmen? Nein, ich darf ja nicht, mein König hat es mir verboten. Ja, Karin hat gestern ja so abgelust, also eigentlich schon vorgestern, jetzt war jetzt, wir sind jetzt schon im Heute. Eigentlich sind wir jetzt noch, denk dann, wir sind jetzt eigentlich doch in der Vergangenheit, obwohl wir schon im Heute sind. Ich rede aber vom Vorgestern. Ne, vom Gestern. Ne, vom Vorgestern, weil wir ja schon im Heute sind. Obwohl wir uns jetzt noch in der Vergangenheit bewegen, muss ich jetzt eigentlich schon vorgestern sagen. Um es praktisch, ich weiß, das ist manchmal verwirrend, aber das ist normal bei Hypnisfold, da gewöhnt man sich dran. Mit der Zeit versteht man alles. Und ich darf aber jetzt die Fackel nicht anzunehmen, weil mein König, das ist Javin, oder? Javin der Dritte, der war sauroffen, weil ich die Schlacht verloren habe und da hat er mir mein Schwert weggenommen zur Strafe erstmal. Aber ich kriege ein neues dann. Also wenn die Strafe vorbei ist, ist es wie Stumares, ja? Und dann vorbei ist, kriegst du dein Schwert wieder. Und ich darf mit dem Mädchen nicht. Ich darf mit dem Mädchen nicht. Ja, ja. Was soll's, muss ich halt erstmal so, muss ich es mir selber machen so lange. Äh, 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 mit der, nicht mit der Fackel, nicht mit der Freie, nicht, hör auf, lass es sein, nicht, nicht, nicht sagen. Gut, erstmal die Aufnahme beenden, ich nehme übrigens immer noch auf. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen, für die YouTube-Leute erstmal und, ja, war gut, oder? Oder, für die alle, die, äh, habt Geduld mit mir, ja? Ich bin ja noch am Üben. Es kommen glorreiche Zeiten, zumindest hoffen wir es. Lasst es uns hoffen. Ich würde jetzt gerne noch zu dem Hoffen noch die Fackel anziehen, aber ich darf nicht. Also lasst es uns ohne, oh, ohne Fackel, äh, nee, lasst es uns hoffen. Bitte, Cosima, werde besser. Ja, ich versuch's ja. So, jetzt.